Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 1. Juni. Live-Infos zum Start des neuen Euro-Tickets. Chillen auf dem Luisenforum-Deck noch in diesem Sommer? City-Manager klug, manche Projekte wurden zerrieben. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Hinein in Bus und Bahn. Ab heute können Sie mit dem neuen Euro-Ticket fahren. Mit dem neuen Euro-Ticket startet das größte Experiment im öffentlichen Nahverkehr seit Jahrzehnten. Bis kurz vor dem Start sind bereits 7 Millionen der Sonderfahrkarten verkauft worden, mit denen man im Regionalverkehr, also nicht für ICE, IC oder EC, jeweils im Juni, Juli und August durch ganz Deutschland fahren kann. Auch die VRM ist dabei und versorgt Sie am heutigen Mittwoch 1. Juni beim großen Live-Tag mit Reportagen, Interviews und Eindrücken von vor Ort. 10 Stunden lang sind wir in Darmstadt, Wetzlar, Mainz und Wiesbaden ganz nah dran am Geschehen. Und Sie können dabei sein, über unsere Nachrichtenportale, auf unseren Facebook, Instagram und Twitter-Kanälen. Den Link zum Live-Ticker finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Über den Dächern der Stadt am Weinglas nippen, sommerlicher Musik lauschen und dabei den beeindruckenden Ausblick genießen, das geht in Berlin und Karlsruhe, Köln und Böblingen und in Frankfurt sowieso. Auch Wiesbaden hatte eine Sommerlounge auf dem Karstadtparkdeck, wo damals Fußball geschaut, Eis geschleckt und Cocktails getrunken wurde. Das letzte Mal wurde das Sommerdeck von Juni bis September 2006 veranstaltet. Seitdem müssen Wiesbadener Freiluftfans auf andere Städte ausweichen, wo hoch oben unter weitem Himmel gefeiert und diniert werden kann. Das möchte Andreas Dör ändern, der Center Manager des Luisenforums trägt sich seit zwei Jahren mit dem Gedanken, das oberste Deck des angeschlossenen Parkhauses in der Dotzheimer Straße für Veranstaltungen zu öffnen. Die Idee, das Parkhaus in Events einzubinden, kam schon im Sommer 2020. Wir planten zuerst eigentlich eine Art Wintertreffpunkt bzw. kleinen Weihnachtsmarkt mit Aussicht. Dafür suchten wir einen seriösen Betreiber und die ersten Gespräche waren auch schon geführt und wir waren guter Dinge. Leider kam Corona und ein äußerst tragischer Unglücksfall dazwischen. Damit wurde das Projekt erst einmal gestoppt, berichtet er. Doch die Pläne liegen keineswegs auf Eis, denn die Konzepte stehen. Nach zwei Jahren hatte sich im März der erste Wiesbadener City Manager Axel Klug verabschiedet. Im Gespräch blickt er auf Herausforderungen und Glücksmomente der Amtszeit zurück. Der Mann mit dem Hut war seit Februar 2020 Wiesbadens erster City Manager, bevor er Ende März dann seinen Hut nahm. Mittlerweile ist Axel Klug für ein Wachenheimer Weingut tätig. Eine große Herausforderung war und sei es, die schwerfälligen Mühlen der öffentlichen Verwaltung zum Laufen zu bringen. Das betreffe nicht nur die Aussicht der verschiedenen Dienststellen notwendigen Verwaltungsabläufe, sondern durchaus auch die Notwendigkeit, Kollegen zum bürgerfreundlichen Handeln zu motivieren. Das sei leider noch nicht überall angekommen oder werde zu sehr aus einem betriebsblinden Blickwinkel betrachtet, erläutert Klug. Bezüglich des Budgets wäre es laut Klug durchaus sinnvoll, die City Manager Stelle mit regelmäßigen Finanzmitteln auszustatten. Derzeit werden die Gelder mit Projekten verknüpft. Er bedauert, dass hier und da kleinere Projekte, die er gern unterstützt hätte, in der Diskussion leider zerrieben worden seien. Das Festival Rock am Ring ist ausverkauft. Für das anstehende Musikfestival Rock am Ring sind 90.000 Wochenendtickets verkauft worden, so viele wie nie. Die Veranstalter meldeten am Dienstag Ausverkauf und sprachen von einem Besucherrekord. Für Kurzentschlossene gäbe es noch limitierte Tagestickets, teilten sie weiter mit. Bei der Corona-bedingt ersten Auflage von Rock am Ring seit drei Jahren vom 3. bis 5. Juni am Nürburgring in der Eifel werden neben den Zehntausenden Fans etwa 70 Bands auf drei Bühnen erwartet. Bereits 1985 aus der Taufe gehoben, gilt das Open-Air-Spektakel als eines der traditionsreichsten Rockfestivals Deutschlands. Zum Schluss noch ein Blick in die Ukraine. Bei Gefechten in der umkämpften ostukrainischen Großstadt Cheviro-Donetsk im Gebiet Luhansk ist es in einer Chemiefabrik für Salpetersäure zu einem Zwischenfall gekommen. Die ukrainischen Behörden, die dort weiter die Kontrolle haben, sprechen von einem russischen Luftangriff auf das Werk. Die prorussischen Separatisten teilen dagegen mit, es sei dort zu einer Explosion gekommen. Auf Fotos, die Gouverneur des Gebietes Luhansk in seinem Nachrichtenkanal bei Telegram veröffentlicht, ist eine große Rauchwolke zu sehen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de